morning talk hallo so ich habe vorher schon hoffertalk aufgenommen jetzt ist der morning talk dran ein bisschen später den hoffertalk habe ich schon früher gemacht das wetter ist jetzt besser als vorhin da habe ich noch alles zu gehabt mein fuß tut ein bisschen mehr weh als vorhin ja update zu meinem fuß erstmal muss ich mich rasieren das muss ich heute noch machen ich muss heute nicht aber heute morgen muss ich weg mal das ist echt viel zu viel ja also update zum fuß ich war gestern noch mal also ich weiß bei drei ärzten erst mal beim hausarzt ganz normal hat geguckt ob es eine entzündung ist das ist zum glück keine entzündung da war ich am donnerstag beim orthopäden der hat gesagt mir geht es gut ich kann wieder gehen habe ich aber irgendwie nicht so richtig geglaubt das einzige was er wollte ist er wollte mich krank schreiben ja brauchst du eine krankmeldung da war ich gestern jetzt noch mal beim arzt bei einem anderen orthopäden die hat jetzt auch noch mal geröntgt und hat jetzt einen leichten fußsporn oder wie das heißt fußsporn fersensporn das fersensporn entdeckt und eine ganz ganz leichte entzündung ganz leicht naja jetzt bin ich noch krank geschrieben ich weiß nicht wie lange morgen muss noch mal zum arzt und dann wird entschieden ob ich laufen kann oder nicht ich kann es noch nicht genau sagen ich war vorhin wie der titel schon sagt meine bücher holen meine mann ist tatsächlich gleich da war ich ein paar minuten draußen das hat schon weh getan also so richtig fit ist das bin ich noch nicht wenn man da drückt tut es auch übelst weh also ich weiß noch nicht wie das ablaufen wird habe ich gesagt morgen ich habe jetzt auch so komische einlagen bekommen silikon einlagen die solches anziehen damit das besser wird da wollte die erste mich sogar noch spritzen gesagt komm ich gebe dir eine spritze er sagt nee so weit will ich jetzt auch nicht da hat sie mir ibuprofen nieder die hier gegeben ja dann soll ich halt irgendeine komische ibuprofen salbe drauf machen dann soll ich noch voltaren drauf machen und so weiter und so weiter mal gucken wie lange das noch geht so mangas mangas da muss ich aufstehen sonst klappt das nicht habe ich viel zu viele ich war letzten monat oder ich weiß nicht hatte ich keine zeit zu holen deswegen sind ja übelst viele ich kann euch mal die quittung zeigen die quittung wie lang die ist ja also ich habe hier sogar extra noch eine coole tüte bekommen von italien fangen wir doch das ist schon schwer fangen wir einfach mal damit an ihr seht es ja schon also das ist einfach der letzte band von battle angel an liter band viel wo die anderen drei noch reinpassen halt und da ist noch irgendwas dabei sehe ich gerade noch irgendwas dabei ja wenn ich dann vergesse ich später also so sieht es aus oben steht einfach an liter gut dann tun wir das ein bisschen zur seite hier ein bisschen platz machen da kommt dann noch jetzt dran also hier das ist ein bisschen schwer ein bisschen schwer ich sehe es ja schon der erste den ich hier habe ist blue exorzist band nummero zwanzig ich lege jetzt einfach mal hier so hin hey what the fuck zweimal okay also kann ich eins zurückgeben hey wieso habe ich die zweimal ich habe schon nicht zweimal bestellt den eintöre ich mal zur seite hier okay das heißt ich brauch den kassenzettel ich darf den nicht wegschmeißen nehmen wir den hier auch mal darüber so dann parkschein hier kommt jetzt was teures ganz band nummer 1 panini hatte ja gehabt panini comics oder panini manga wie damals hießen also ist kaputt hat dann einfach aufgehört jetzt bringen die hier die manga kult ihr komplett neu raus so brutaler manga hier boobies ja also ihr kennt das vielleicht das lief damals auf mtv band 5 ich bin ich aufrufen das wenn ich rum ist weil das ist also ein manga kostet hier 28 euro bin ich auch froh wenn der endlich weg ist warte geht es 7 deadly sins band 21 auch schon bei 21 was das infected band 5 infection band 5 das ist so ein zombie zombie manga made in abyss band 2 auch ein cooler manga ultra mann band 5 das ist sowas wie power rangers ja so ähnlich ich mal ultra man das kennt man vielleicht schon früher so jetzt sind die man jetzt hier so ja wie gesagt ich hab so viele was sind das attack und heiten band 23 steht hier eigentlich drauf büchern was bücher verwandeln muggel in sommerer geile tüte so kommt raus das sieht aus wie one punch ja one punch man band nummer 13 was das inspector akane zu nemori alias psychopass band nummer 6 das ist der menschen wie band nummer 13 das ist auch ein cooler manga so cyberpunk mäßig bleibt mir band 3 mit tolle mini bringt das ist goblin slayer band 1 also ich hab mir das im internet angeguckt sah eigentlich ganz cool aus sieht ganz cool aus dann haben wir record auf grand crest war band 2 vielleicht kennt ihr das von früher das hieß record auf lotos war das ist jetzt irgendwie so der nachfolger das hat zwar nichts mit lotos zu tun aber es ist dann nachfolge davon so dann grand blue fantasy 2 was das hier okay ist nur dreck ist ein grand blue fantasy 2 ich weiß nicht ob ihr es kennt das ist in japan sehr beliebtes mobile game das gibt es bei uns leider nicht es gibt auch ein anime es ist ja man auskommen fairytale band 58 mob psycho 100 band 6 das ist vom selben macher der moment man macht die wahl kinder band 3 das heißt auf japanisch anders aber ich habe keine angebung von den scheiß langen namen gott promise neverland band 3 richtig geiler manga da freue ich mich drauf und schon kann ich nicht mehr stehen wie lange man es ist fünf minuten ich frage mich warum ich den den jetzt zu zweimal habe habe ich den aus dem zweimal bestellt da habe ich vorher nicht darauf geachtet als die über die kasse gezogen hat das sind wie viele euro sind das acht euro darf ich noch mal hingehen mit die acht euro holen ja aber ich weiß noch nicht wann ich weiß es noch nicht wann okay gut das war es auch schon im morning talk ich weiß noch nicht wie es weiter geht wie gesagt morgen gehe ich noch mal zum arzt dann kann ich euch noch mal sagen wie es ausschaut mit meinem mit meinem mit meinem fuß das ist schon scheiße ich war noch nie so krank geschrieben bei mir geht es eigentlich super bis darauf dass ich nicht laufen kann das ist irgendwie komisch dann hier zuhause rumzusitzen ich gehe so ein bisschen raus auch und gucke dass ich mich bewegt dass der fuß nicht komplett ich sag mal einschläft weil ich merke es wenn ich den fuß lange oben habe und dann tut auch nicht weh wenn ich den ganze zeit einfach nicht benutze also so liegt jetzt wie jetzt so so halb liegen ich mache halb sitzen halb liegen ist das und der fuß wird halt die ganze zeit so hoch gelegen dann ist es gut dann ist es gut aber wehe ich lauf dann die ersten schritte sind höllisch die tun höllisch weh das ist so als würde dich eine biene stechen oder sowas dann wird es besser wird es besser und dann so nach paar minuten halbe stunde sag ich jetzt mal und dann geht es wieder los dann dann humpel ich wieder wie so ein wie so ein krüppel so jetzt muss der hilly billy bad noch ab komisch ist diesmal nervt mich ja gar nicht ich hab den schon mal so lange gehabt hat er angefangen zu jucken und ja aber diesmal gar nicht aber es passt halt auch gar nicht das ist hier soll einfach so lang hier habe ich gar nichts das ist auch so scheiße hier habe ich nichts und da wächst es wie unkraut hier an den seiten ich finde das schon so scheiße wieso habe ich hier nichts naja ok danke fürs zugucken wir sehen uns beim nächsten morning talk ich habe eigentlich noch morning talk parat den ich schon länger aufgenommen habe aber ich weiß noch nicht wann ich den hochladen kann deswegen erst mal das hier also tschüss